so herzlich willkommen zur ersten folge metal slug 3 ist ein ist ewig herdes spiel dass ich das überhaupt gespielt habe ich muss mir doch wieder eine üben ich habe jetzt auf normal weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe das letzte mal wo ich es gespielt habe war an der konsole und das ist eine zeitlang her so wollen wir jetzt springen leckt mich alle am arsch so jaja es gibt zeug ane schick jetzt wird es eh gleich spaßig ist echt eine komische mal schauen gleich müsste gleich der hubschrauber kommen komm her ah te fix scheiße jetzt lass mich los das ist mies wenn man nicht weiß wo man ja lass mich in ruhe nein nicht mit mir so ja ab aufs boot thank you nein das mit dem springen habe ich echt nicht drin nein definitiv nicht so ha ja ja so und jetzt gut er ist ungewohnt dass auf äh shift springen ist ja das beruhe nicht mit mir shit ah ja ja ich will nicht ja lacht euch nur ins Fäustchen lacht euch ins Fäustchen gleich mal fertig ist bisschen beschissen die Aufteilung hier von den ganzen Sachen whoa yeah oh ich bin Fäustchen mm-hmm Fäustchen 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 prepare for Gragos yar woohoo yay so hmm fliegende Fische ist auch ganz mehr als schon ewig her das letzte war im Italien Urlaub vor gefühlten tausend Jahren na super jetzt muss ich natürlich so gg das war echt super ich konnte ja nicht mal auf die Krabbe drauf ah das schaffe ich schon irgendwie mhm ja ja mach dich kaputt nein ja mach schneller ja jetzt gibst du Gas jetzt gibst du Gas uah ja mach hin ne fuck this shit mhm nope not to them bitch ja jetzt mach hin mhm nicht so lange da stehen bleiben du ne ja mach hin mhm schneller ja Stück Scheiße oder was du mir gegeben hast super lecker ah cfix der Typ braucht doch immer so ewig zum geben mach hin mach hin schnell mhm ach die Mischung zwischen ich wollte rüberspringen und ich wollte irgendwie irgendwie anders versuchen scheiße mhm mies der braucht doch immer so geht ewig der Typ so nein nicht nochmal ich mach auch echt Anfängerfehler mach hin gib her München lass mich verarschen mal nein ja ich bin's echt gewöhnt dass Springen auf Shift ist äh auf Leertaste ist und nicht auf Shift ist zum Kotzen jetzt versuche ich es mal vorsichtiger zu spielen das kriege ich schon irgendwie hin nein not today endlich nein noch nicht ach shit mhm nein das schaffe ich einfach vorsichtiger spielen nein ach jetzt kommen die ganzen Obdachlosen kommen jetzt nicht mehr nicht mehr uah ah ich krieg aber hin ich kann nicht hinkriegen hm uah ah ach dich auf auch uah da uah 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 NEIN! Boah! Ne. Boah. Hm. So. Ah. Boah. Ne. Ich wünschte, ich hätte öfter gespielt. Boah. Nein, ich hab das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Das letzte Mal war, ich würd mal sagen, vielleicht 2001 vielleicht. Damals an der Konsole. Das 1er, 2er und hin und wieder das 3er aber. Aber jetzt will ich noch geile Musik im Hintergrund. Äh. Von was wurde ich getroffen? Ja, hast du davon, Flo. Hast du davon, Flo, wenn du auf einmal anfängst... Äh. Anfängst hier abzugehen mit der Musik. Geh weg. So. So. Vielleicht geht es jetzt besser. Ah. Geh weg, Zombie. Mach dich kaputt. Liebesbrief. Schick. Boah. Geh weg. Nein. 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 Jetzt legt ihr euch mit der Falschen an. Baaah. Nicht mit mir anlegen. Mh, mh, mh. Auf keinen Fall. Hallo. Ja, gib mir ein Zeug. Gebt mir ein Zeug. Yeah. Mr. President. Dankeschön. Oh. Da ist eine Wolke. Könnt ihr mir? Ah. Ja, Flütschaden. So. Oh, da ist ein Fetti. Oh, eine. Oh, geil. Der Affe. Nein. Mh. Los, Elfgen. Mach was. Nicht blöd rumstehen. Baaah. So. Ich wusste schon immer, dass Kotzen tödlich ist. Und jetzt haben wir es bewiesen. Haha. Mh. Baaah. Nein. Ja. Recht frech nicht. So. Nein. Granat geht dem jetzt nicht auf den Keks. Aber es ist trotzdem eine geile Musik. Oh. Nein. Oh. Shit. Hat man davon, wenn man Leute ankotzt. Ja. Ich will zurückkommen. Liebend gerne. Diesmal mache ich euch Zombies fertig. Falt mir Eiskalt in den Rücken. Jetzt war es das für euch. So. Jetzt. Jetzt gibt es Rampage. Das war ein Zentimeter. Ein Zentimeter. Ja. Zombie. Nein. Ich renne noch rein. Ach. Mensch. Mh. Ja. Stürzt genau auf mich. Ach. Nö. Noch mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ich renne noch. Mein Gott. Ja.